tja moin leute xpk nuke aka das beast ist wieder mal weg im business meine freunde und herzlich willkommen zu meiner ersten serie zu meiner neuen serie partnummer 1 nuke in action ich bin nicht alleine der dennis mein real-life kollege ist natürlich auch dabei und natürlich der adec auch stell dich mal vor was soll ich sagen also moin leute ich bin der alex was soll ich noch sagen nix ich hab keine freunde ich habe kein leben wir zocken hier chillig eine runde hardcore herrschaft auf express mal schauen wie es hier so aussieht ich muss erstmals synchronisieren nico spielst du auf unterstützung 4 3 2 1 go nico spielst du auf unterstützung du meinst support ja ja drohne und drohne und drohne und drohne und drohne augen guter also ich muss dazu sagen dass meine erste runde ich bin gerade vor fünf minuten oder so aufgestanden dachte ich mir einfach dachte ich mir einfach hey und nico hause hier in der live commentary raus heute ist ja freitag immer immer freitags kommt ja meine serie ich habe schon lange nicht mehr hardcore herrschaft gezockt echt was ist da los wir verlieren wir charlie da war ich doch gerade ja pass auf da würde man einmal da würde man einmal zigarette ausmachen und dann wird man erschossen als wohnen sind ne darf ich ja nicht sagen nein immer diese bösen menschen immer schön lieb bleiben und der kommt von hinten ich mache nico ich mache gerade hammer auf gold ok haben ja besser gesagt ich schon auf gold aber ich mache gerade das ding's waffenlevel hoch boah ist schon jemand die verbindung an echt nice ne basti runter drohne meine freunde wo ist der oh mein gott ich war 1 vor orbi nico war 1 vor orbi die manche oh man ey läuft auf jeden Fall gegen gut und ja schauen wir mal was hier noch so geht findet ihr keine geht ja 3 minuten alles halten haben wir das ne also ich schon nico hast du 3 minuten alles halten ne nico fehlt nico fehlt es auch nico fehlt es auch holer das prinzip würde ich jetzt sagen ein bed aim 7 im das 1 brutal headshot Ich bin froh, dass ich gerade Ziv... Ziv hier wäre auf der Drohne. Läuft. Wow, so ein Zeckl. Ist einer bei Charlie? Alter, oh mein Gott, Alter, wer hat hier ein Hobby? Ich find's nicht. Ich auch nicht. Mein Aim... Keine Ahnung, Nico ohne. Kastivits... No, ich war jetzt vor OBI! Ach was... Maaaannn Hä? Vor Orbi Er killt mich eins vor Orbi Das war alles geplant Das war, weiß ich Er killt mich eins vor Orbi Man muss es ja spannend machen Nein, Alter, die Verbindung, Alter Meine Connection Die Schüsse connecten gar nicht Meine Fresse, echt Packen wir es eigentlich hier noch 3 Minuten zu halten Nein Warum? Wollte die ähm Ich habe irgendwas bekommen Preisebegrenzung oder wie es heißt Frag mal Niko Niko, hast du irgendwas bekommen? Nee, warum? Ich hab's schon Achso, nee, weil Dennis gerade irgendwas bekommen hat Ich hab's schon Niko hat schon also Nein Nein Meine Schüsse connecten gar nicht Spinale mit Geist oder was? Ich hab Drohne draußen Alter, was sind das für Menschen, ey Spinale mit Geist? Nee, doch nicht Die waren alle noch nicht drin Nein Meine Fresse, echt Was ist denn los? Alter, was geht mit dem random ab? Joah, man! Ich gebe ihm Hitmarker In hardcore Herrschaft Das ist nicht mehr normal Das ist nicht mehr normal Ja, das ist Klar ist normal Das sind die Gegner Was willst du erwarten? Meine Fresse, ey Die Connection sei da Nein, was guckt der? Das ist abnormal Das ist einfach nur abnormal Letzter Kill Letzter Kill Joah, das war's mit Ralf und Jerry Ähm, wenn ihr euch gewonnen habt Lasst eine positive Bewertung da Abonnieren nicht vergessen Kommentieren nicht vergessen Ich bin raus Tschö Mit Ö Beasons Abonnieren Das Aim Gott.